Sie haben sich gemeldet. Sie haben sich wirklich gemeldet. Jan Böhmermann und Olli Schulz sind mit ihrem Podcast Fest und Flauschig aus der Sommerpause zurück und sprechen direkt in der ersten Folge, ganz am Anfang, über unsere Aktion hier in PEWSUM. Sprechen über ihr Schild, über das Lied, das der Emler Kneipenchor für sie gesungen hat und auch darüber, wie schön es hier in PEWSUM ist. Nur eine Sache, die muss ich klarstellen. Die beiden wundern sich nämlich darüber, dass wir das Ganze in ihre Sommerpause gelegt haben. Wussten die nicht, dass wir im Urlaub sind? Sind das dann überhaupt richtige Fans? Meinen die uns? Verwechseln die uns vielleicht? Dazu kann ich nur sagen, wir haben das Ganze natürlich bewusst in euren Urlaub gelegt, damit wir hier in Ruhe alles vorbereiten können. Wir meinen also wirklich euch und unsere Einladung nach Ostfriesland, die steht. Schön, dass ihr euch gemeldet habt. Bis bald! Tschüss! 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 Tschüss!